Hallo, ich bin Hiba und ich stecke hier mit Herrn Kaczma. Wie geht es Ihnen? Ausgezeichnet. Beste Laune. Wie finden Sie den Karneval? Ganz großartig. Also das ist eine Veranstaltung, die sehr gut in das Berliner Milieu, in die Berliner Kultur reinpasst. Die bringt die Stadt zum Ausdruck. Also es ist ja nicht eine Kultur, sondern ganz viele. Und diese ganzen Ethnien, die wohnen alle in der Stadt. Aber erst wenn sie hier in den tollen Kostüm auftauchen, sieht man das ganz deutlich. Also wie bunt die Stadt ist, wie viele verschiedenen Kulturen in der Stadt wohnen. Da gibt es auch noch die Jugendkultur und die Clubkultur. Also der Karneval bringt Berlin auf den Punkt. Aus welchem Land kommt deine Lieblingsmusik? Die fand ich jetzt eben auch schon ganz toll. Also Kroatien und Balkan fand ich toll. Ich weiß es nicht. Ich finde eigentlich den Wechsel gut. Ich finde großartig, dass die Stadt aus so vielen Szenen besteht. Und am Karneval ist es schön. Man steht an einem Punkt und eine Kultur nach daneben kommt vorbeigelaufen und die Musik wechselt. Eher so der Unterschied. Der Wechsel ist toll. Vielen Dank und viel Spaß. Danke. Tschüss, dir auch.